Also das ist die Kotze. Hä? Hä? Ich bin nur und setz den Youtube. Ja, ich bin nur Ereken-Ding. Sag mal wieder an. Sebastian. Sebastian Grabosch. Sebastian Grabosch aus Länbeck. Grabosch aus Länbeck. Der heißt einfach nur Apfel. Elubauer. Ey, Sebastian, guck einmal in die Kamera, bitte. Einmal lächeln. Schüttenfett in Länbeck. Ey, wann ist das wieder? Ich glaub 17. Korrekt. Ey, was ist das für eine Sober? Das fängt aber was? Ich glaube auch, weißt du, hier liegt seine Kotze. Irgendwo, da, so. Ey, Keule, bist du tot? Ey, bist du tot? Aztl! Ne, der atmet noch. Willst'n Bier? Was bist du für eine Doofe? Keine Absage. Dreh dich doch mal. Bring ihn mal zum Drehen. Ich bin in den Kameran. Aber dann muss ich ja Sonntag noch. Guck mal, da ist er, da ist er doch! Der Atze! Der Atze! Der Atze! Der Atze! Der Atze! Der Atze! Bleib so, lieber, bringt einen anderen Weg zu. Wenn er kotzen muss, kann er daran nicht stücken. Aber morgen ist halt ihn die Schulschule. Ja. Für solle Atze, ne? Ja, weil er jetzt einmal liegt. Das ist nicht so. Ja, ja. Und das sind seine Puppen. Hahaha.